hallo freunde heute wollen wir uns endlich mal mit dieser kraft das companion box nummer 38 beschäftigen pop out 10 und wir zeigen euch erstmal was da drin ist und dann basteln wir natürlich auch damit da ist einmal so eine szene mit einem kleinen reh und mädchen und hase und einmal so eine geburtstagsszene ist wieder in papier schön verpackt dann haben wir hier die kleinen stempelchen sind ja bloß kleine ausschnitte gemacht werden ein bisschen weiß haben wir dann jetzt hier ein paar sprüche wieder auf englisch und dann haben wir hier einmal so luftballons have the happiest birthday nochmal englische sprüche hier haben wir dann wieder perlen die sind ja jedes mal mit drin in dem set diese selbstklebenden pärchen das ist hier dieses mal das wichtige an dem set das sieht ja jetzt komisch aus das ist jetzt hier diese geburtstagsszene deine fantasie habe ich jetzt nicht schockt haben wir hier die geburtstagsszene das sind luftballons dafür haben wir ja die stempel da die luftballons und dann diese szene hier das finde ich für mich persönlich ganz schön das werden wir dann auch basteln mit diesem reh und das ist keine klinik mädchen das ist eine elfe soll das sein und häschen und schmetterlinge das ist dann eine set was wir basteln werden hier haben wir dann passend zu den perlen die schleifenbänder die da auch immer mit drin sind im set dann haben wir natürlich wieder verschieden große kartenrohlinge mit drin damit man gleich loslegen kann und dazu die passenden unschläge die sind dann hier in so einer tüte immer drin und dann natürlich wieder designpapier was man so als hintergrund nehmen kann das sind jetzt hier kindliche motive sind jetzt gar nicht so viele da drin wie sonst aber kommt mir das nur so vor so mit häschen igelchen pünktchen blättern naja das sind so die motive die man so als hintergrund macht dann haben wir wieder so farbiges papier und alles das sind immer so mit den farben zusammen harmoniert das ist immer alles schön passig diese papiere ja hier auch und bei den einfarbigen papieren ist mir so aufgefallen die sind mal ein bisschen kräftiger und mal ein bisschen dünner das sind jetzt hier wieder ganz kräftige papiere in verschiedenen farbtönen können man schön loslegen wird also das nächste projekt ich habe mir dann hier zum basteln wieder so eine 15 x 15 karte ausgesucht weil ich das eigentlich immer ein schönes maß finde und da möchte ich dann jetzt mein das soll ja auch wieder so eine art pop-up karte werden ja pop-up 10 heißt das ja auch dafür brauchen wir jetzt ein papier was wir da noch rein kleben können was dann auf das schneide ich mir jetzt dann so breit zu wie die karte ist damit ich das dann nachher gut rein kleben kann das sind 15,2 zentimeter und ich nehme einfach ein sonn a4 blatt und dann hatte die größe ich brauche das teil falls ich jetzt einfach mal in der mitte und dann ordentlich übereinander legen damit ich gefalzt werden kann jetzt werden die beiden äußeren seiten hier nochmal gefalzt zur mitte hin damit wir diese pop-up teile kriegen was dann nachher in der karte hoch hoppt die andere seite auch noch mal bis zur mitte falzen nehmen vielleicht nicht ganz so ein dicke papier wie ich jetzt hier habe das sind jetzt auch wieder über 250 gramm oder so ich habe jetzt aber nicht kleinere also nicht so dann haben wir unsere szene das ist nachher das teil was dann so aufpoppt in der karte wenn man die karte aufmacht da setze ich mir dann jetzt mittig das motiv rein was ich ausstanzen möchte ich habe mir das ausgesucht mit dem reh und dieser elfer das müssen wir jetzt erstmal ausstanzen ich schiebe das einfach mal durch meine große gemini geht um mit der kleinen ich habe nur mal die große dann haben wir hier das motiv ausgestanzt wenn man das jetzt aufmacht hat man dann hier in der mitte diese man muss immer genau gucken dass das richtig ist irgendwie wenn man es noch gerade haben will jetzt steht der dreh ein bisschen auf dem berg aber könnte man jetzt noch ein bisschen gerade verschieben sieht man aber erst wenn man das ein paar mal gemacht hat dann hat man da die übung oder man macht sich da ein pünktchen oder ein strichchen wo das hin soll und jetzt kann man das alles ein bisschen farblich gestalten da wir hier in die mitte nachher auch ein paar schmetterlinge rein machen wollen habe ich mir gedacht ich stempel mir die gleich mal auf stand die auch gleich noch aus und dann können wir die auch gleich mit farblich gestalten dann braucht man da nicht noch mal neu mit farbe anfangen schiebe ich durch meine kleine gemini das ist auch schon ein schön verbogenes teil aber solange wie es funktioniert lasse ich die alte platte und nehme erst eine neue wenn es wirklich nicht mehr geht so die schmetterlinge brauchen wir jetzt auch zweimal weil wir die einmal von vorne und einmal von hinten brauchen habe ich mir jetzt zweimal ausgestanzt beim ersten mal habe ich mich gewundert mensch die sehen aber ein bisschen komisch aus wenn man die ausstand ja man müsste das erst stimpeln und dann stanzen muss man erst mal dran denken passiert beim ersten mal hat man seine schmetterlinge die man hier farblich gestalten will und die ganzen anderen sachen jetzt können wir damit mit alkohol inks oder mit diesen wie heißen die jetzt aqua markern rangehen so mal gucken ob wir jetzt hier schöne farben finden eine drehlein soll ja so ein bisschen braun werden so da kann man sich jetzt die farbtöne aussuchen die man haben möchte ich habe mir jetzt einen ton ausgesucht der ein bisschen heller ist und einen der ein bisschen dunkler ist für ein bisschen schattierung also wer das richtig schattieren kann ist natürlich auch klar im vorteil dann sieht das ganze noch ein bisschen schöner aus ich mal es halt einfach ein bisschen aus und dann haben wir da eine braune drehlein kriegt dann noch ein auge also in jeder packung ist glaube ich schwarz drin schwarz habe ich jetzt hier mittlerweile drei schon angehäuft ein kleines auge ein bisschen die nase mit viel fantasie denkt man das ist ein rehchen so dann haben wir ja noch die elfe und die zwölfe so da brauchen wir eine hautfarbe machen wir jetzt hier einfach ein bisschen den kopf also die sicht ein bisschen und händchen und händchen und hier unten die füßchen die bekommt jetzt von mir auch einfach braune haare nicht wundern ich mache die einfach braun weil das auf dem bild da auch braun ist aber eine elfe hat blonde haare die ami-elfen die haben irgendwie braune haare ich weiß auch nicht die haben immer die mehrjufo hat rote haare ami-elfen die haben braune haare Amis wissen ja auch nicht wie es dann geht so braune haare ich habe auch wieder ein auge verpasst die soll ihr auch ein bisschen mehr gucken können dann bin ich als kleines klinge Mund ohne in braun, nein schwarz das kleidchen machen wir in das pinke kleidchen die farben kann man ja anpassen wie man das gerade haben möchte das ist ja alles immer bloß so die erste karte die man so bastelt probiert man sich sowieso ein bisschen hin wenn man jetzt manche stellen ein bisschen öfter malt dann werden die von alleine dunkler die flügel und die flügel dunkel gelb dunkel gelb da hätte ich den hasen auch gleich braun malen können Ja mein Gott, dann nimmst du den Filzer nochmal in die Hand. Ich kriege da auch noch braun und Fell. Wird schön am Willen, muss leiden. Ja und ein bisschen mit Malen üben. Augenbraucher auch wieder. So und dann können wir den Rest hier grün malen. Da kann man sich jetzt auch wieder das Grün aussuchen, was man will. Die Schmetterlinge müssen wir ja auch noch ein bisschen bunt malen, hätte ich jetzt fast wieder vergessen. Und wie könnten die anders sein als Pink und Lila? Könnten ja vielleicht auch mal Blau oder Grün wären, aber eigentlich gibt es nur Pink und Lila. Da enthalten wir uns jetzt der Stimme. Hätte jetzt die ganzen anderen Stifte vielleicht auch gar nicht kaufen brauchen, einfach nur Pink und Lila und naja gut, Grün mal für ein bisschen Wiese, aber ansonsten Pink und Lila sieht da recht völlig aus. So jetzt ist es ausgemalt, sieht aber natürlich immer noch ein bisschen Kacke aus. Jetzt wollen wir hier vorne das ein bisschen abdecken. Jetzt muss man da natürlich auch wieder den Kreis rein kriegen. Jetzt kann man entweder mit dieser Stanzschablone nochmal mittig einen Kreis ausstanzen und muss dann den ganzen Klimbim, der hier jetzt als Motiv ist, dann ausschneiden. Das war mir ein bisschen zu blöd. Ich nehme einfach einen Kreisschneider und schneide mir meinen Kreis aus. Jetzt muss ich aber erstmal das Papier auf die Größe zurecht stutzen, wie ich sie hier wieder brauche. Also auf die 15,2 cm. Da muss man natürlich auch darauf achten, dass das Papier in der richtigen Richtung liegt. Wenn man das jetzt einfach so abgeschnitten hätte, soll ja natürlich, die Blätter sollen ja richtig so nach oben zeigen und nicht quer, wie ich zuerst vor hatte, wenn man nicht genau hinguckt. So, jetzt können wir das einfach auch wieder mittig falzen, mittig nach außen falzen, weil wir das ja mittig draufkleben wollen. Und da müssen wir jetzt einen Kreis reinschneiden. Und damit kann es spannend, dass du das deckig kriegst. Anzeichen und dann auflegen. Ich kann es ja auch von der anderen Seite schneiden, hast du recht. Ja, manchmal steht man auf dem Schlauch, man kann es ja hier anzeichnen, reicht ja eigentlich in der Stelle. Und dann kann ich den Kreis anlegen, mein Kreisschneider gerät, wird einfach hierin gelegt und geschnitten. Das ist alles sücht. Echt. Man hat so viel Kram liegen und benutzt so wenig davon. Wer jetzt sowas nicht haben sollte, der kann eine einfache kleine Schere nehmen und sich den Kreis anzeichnen. Ja, du kannst den Kreis auch anzeichnen. Du kannst auch, also Kraftwerkscompanion zeigt das ja einfach mit dieser Stanzschablone, aber das war mir jetzt zu mühselig dann hier das alles noch abzuschneiden. Und da ich so ein Teil habe, kann man das hier einfach drauflegen und hat das dann abgedeckt. Siehste. Das ist doch cool. Jetzt muss das hier natürlich auch noch wieder gefalzt werden, wo das hier, also dieses Teil hier geknickt wird. Einfach hier auch nochmal falzen. Und an dieser Stelle hier natürlich dann auch wieder, wo die Falze ist. Also der Stuhl wird langsam nervig. Ja. Und das wird zum Orthopänen. Ja. Echt. So. Fast doppelt um die Luft. So. Wollen wir das ausprobieren. Passt. Dann wird beim Aufklappen. So. Jetzt wollen wir hier noch dieses Band wieder rein machen. Dann brauchen wir jetzt erstmal ein Stückchen Band. Jetzt sollen ja diese Schmetterlinge hier drinnen so flattern nachher. Also brauchen wir von hinten ein Band. Gerade noch so ein Stückchen hier gefunden, was hier so hinpasst. Müssen wir hier Klebestreifen hin machen. Band festkleben. Mittig. Da am besten ein kleines Stückchen Papier drüber kleben. So ein kleines Stückchen, nur damit das Klebeband jetzt nicht nachher die Karte dann verklebt, sondern das Sip wieder abgedeckt ist jetzt. Und sich bewegen lässt. Damit die Karte so sich kippen lässt, ja. Jetzt müssen wir auch die Schmetterlinge da irgendwie dran kleben. Dann kriegen die oben ein bisschen Kleber verpasst. Jetzt werden jetzt hier unter das Dings gelegt, unter das Papier, eh noch weiter oben und eh noch weiter unten. Muss man sich so hinschieben, dass das passt und nicht am Finger klebt. So. Dann können wir gleich die anderen passig da drauf kleben. Wir haben ja den Klebestreifen da schon dran. Zack. Und den haben wir hier drauf, dass sich das verdeckt. Ah, dass sich das verdeckt. Wenn das Kleber drauf ist, ist das immer noch nicht so einfach. So. Jetzt haben wir da die Schmetterlinge, die sich da dann bewegen können. Das ist ja cool. Das sind diese Twirling oder Drehkarten. Alles jetzt zusammen in einer Karte pop out und drehen. So. Jetzt müssen wir diese Teile hier drüber setzen, dass das abdeckt. Ich habe das jetzt einfach in die Mitte hier so reingeschoben. Das muss man sich ausprobieren, wie man das am besten geklebt kriegt. Also nicht wegen dem Kleber, sondern dass man das jetzt wirklich mittig da wieder drauf setzt. Dann kommt jetzt hier der Kleber ringsrum, dass man das festklebt. und dann kann man dazu klappen. Dann kommt das mittig. Oh, mittig ist. Zack. Jetzt können wir die andere Seite machen, das ist ja nur schon festgeklebt hier. Und jetzt auch noch diese Teile. Das muss ja damit an die Karte hier an die Wand mit hin. Und hier natürlich auch wieder ankleben und dann haben wir das Mittelstück eigentlich schon fertig. So, jetzt kann man sich überlegen, ob man das einfach so in die Karte einkleben will und da hinten eben das Weiß hat. Möchte ich aber nicht. Ich möchte diese gepunktete dahinter haben, dass es ein bisschen anders aussieht als die weiße Karte. Muss ich mir jetzt also auch wieder auf 15,2 zuschneiden, wie die Karte eben breit ist. Dann, dass wir das da einfach hinterkleben können. Und die Länge. Oh, wieder 15,2. Dann haben wir nämlich von der Seite zu der Seite abgedeckt. Jetzt kleben wir das hier einfach auch wieder mittig rein. Und das können wir dann hier gleich festkleben. Dann mache ich mir jetzt einfach Kleber drauf und dann wird es in die Mitte reingeschoben, bis das richtig passt. Und wenn man die Pfalz nicht sieht, ist das ja auch doof. Hast du deine Lupe nicht auf? Nein. Irgendwie nicht. Ich habe dann noch in die Truppe Aschenböcher zu stehen. Du bist der Weltmann. Jetzt werden wir nicht gucken. Je wieder das Licht immer fällt, dann sieht man die ohne Pfalz nicht. So, jetzt kann man die Karte zuklappen und dann hat man das halt in der Mitte rum. Und jetzt kann man das hier drauf setzen. So, dafür müssen wir so wieder zusammenknicken, die Karte. Die ganze Papier nochmal einmal richtig knicken, damit das wirklich alles hält. So, jetzt soll ich hier dran. Eigentlich bis zum Rand hinten. Eigentlich hier bis zum, naja, da reicht das aber nicht. Du würdest ja ein bisschen so offen stehen haben nachher, dass das nicht ganz aufgekloppt ist. Das soll ja so ein bisschen stehen. Meinst du? Ja. Dann musst du dir dann ein Zeichen machen und da festkleben. So. Das jetzt so nachher. Aber so, dass die Karte hier noch, dass da drin ist in der Karte und nicht groß loopt. Ja. Und wenn du dann aufmachst, dass du dann den Hintergrund da hast. Ja. So. Jetzt erstmal festkleben. So, jetzt mach ich hier wieder Kleber dran. Geht natürlich auch mit doppelseitigem Klebeband. Und jetzt muss ich mir das hinlegen. Das ist jetzt hier ungefähr so, wenn es zwei, drei Zentimeter weg ist vom Rand. So. Dann können wir hier festkleben. Jetzt machen wir hier wieder Kleber dran. Die andere Seite geht ja dann von alleine. Na, da bin ich ja entspannt. So. Dann kriegen wir das. Machen wir das wieder zusammen. Zack. Karte übereinander. Festrubbeln. So. Wenn wir jetzt aufmachen, haben wir die Karte. Versaut. Können wir sie aufmachen und haben sie dann halt so. So aufpuppt und das hier sich so ein bisschen dreht. Jetzt muss man natürlich hier die ganzen Ränder noch wieder ein bisschen sauber machen. Und da will ich jetzt einfach ein Braun drauf und da nochmal ein Stück von dem Papier. Weil das kann man ja nicht länger machen, als die Nummer ist. Das ist bloß, was weiß ich, 20x20 hätte nicht erreicht. Dann brauche ich jetzt erstmal wieder die Breite vom Papier. Also von der Karte 15,2. Und dann müssen die Streifen 8 cm breit sein. Bei mir, so wie ich das jetzt hier aufgeklebt habe. Das müsst ihr bei euch dann immer nachmessen, ob das so hinhaut mit den Zentimetern. Und jetzt machen wir nochmal von dem grünen Papier, also von diesem, dass das hier nochmal drauf kommt. Dann müssen wir jetzt auch wieder auf 15,2. Mensch, ich kann das vom weiten jahr nicht mehr langsam sehen. So 15,2. Ist nischt, wenn man langsam blendet wird. So, jetzt haben wir hier 8. Ne, das könnte ja ruhig ein bisschen kleiner sein. 15,2. Dann nehme ich 14,2. Das kann ruhig ein schöner brauner Rand werden. So. Und jetzt aber dann anstelle der 8 cm, die wir jetzt hier ausgewählt haben, da nehme ich dann jetzt 7. Das ist mittig, da reinpasst das Ganze. Dann hat man hier, dann muss ich hier richtig am Schluss ran. Ach so. Und das dann hier nochmal so als Aufleger. Und da kannst du deine Sprüche drauf schreiben. Oder kann man dann so einen drauf machen. Jetzt brauche ich den hier auch nochmal, 7 cm. So, dann kann man die Teile jetzt aufkleben. Wenn man diese Karte jetzt mehrmals schon gemacht hat, weiß man das nachher, welche Größen man braucht, wie man das haben möchte. Dann kann man sich das alles mit Eimer zuschneiden. Ich muss immer erstmal gucken, die erste Karte, wie die so werden soll. Hier ist die brauner. So, die brauner zuerst. Dann mach das ordentlich. Ja. Kann ich immer noch ein bisschen schieben. So. Jetzt müssen wir das natürlich auch wieder gerade richtig rum hinlegen, dass man die Blätter jetzt auch wieder in der richtigen Position hat, nach oben guckend und nicht nach unten. Wäre jetzt auch blöd, wenn wir jetzt die Blätter ganz zum Schluss falsch rum drauf kleben. So. Das ist jetzt hier ein bisschen mittig. Ja. Mittig. Sieht doch schon ganz gut aus. Hier noch das andere. Ja. Ist ganz schön aufwendig. Also ganz schön viel Kleberei. Man kann da bestimmt auch ein bisschen irgendwo was einsparen. Aber wenn man solche Karte jetzt bastelt, dann soll man das auch richtig machen. Hier wird wieder so mittig hinpacken. Und man hat ja Zeit. Ja. Und die Akte hat keiner. Hier wird jetzt ein bisschen schräg. Sieht am Ende keiner. Kann man noch abschneiden. So als wäre das ein mittlerer. Soweit fertig. Jetzt brauchen wir hier vorne noch. Vorne noch gestalten. So dann habe ich mir jetzt so einen braun nochmal zugeschnitten. In, was hat man gesagt? 14,7 mal 14,7 weil die Karte 15,2 mal 15,2 ist. Aber die Maße, das muss man sich sowieso ausmessen. Muss man sich jedes Mal ausmessen. Und aufschreiben. Ob ihr das auch so haben wollt. Wollt jetzt hier einen kleinen weißen Rand lassen. Und wenn man nur so ein Kurzzeitgedecknis hat, schreibt man es sich auch. Ja. Und dann wollte ich hier nochmal diese grünen drauf machen. Was wir jetzt innen verarbeitet haben. Das habe ich jetzt aber nur auf 14 cm. Mal 14 geschnitten. Weil ich einen größeren braunen Rand haben wollte. Ich muss mal wieder gucken, dass die Blätter richtig rum sind. Dass man jetzt ein bisschen größeren Rand hat. So ist doch perfekt. Ja und jetzt müsste da vorne irgendwas drauf. Da ist aber ja nicht irgendwie was bei, was man jetzt da vorne als muss. Du hast jetzt das Innere. Das ganze Spiel geht jetzt eigentlich um das Innere der Karte. Bei diesem Set hier. Und vorne drauf hast du jetzt. Mit Spruch. Da hast du ja noch so eine Stempelsprüche. Ja, da sind jetzt hier auch so Sprüche mit bei. Aber die sind ja alle wieder auf Englisch. Ja. Das ist nun mal das Leid bei dieser Box. Bist du da? Ach so, Ballons passen da jetzt nicht. Ne, Ballons passen da jetzt nicht. Liebe Little Sparkle. Aber das reicht doch, wenn du da so in der Ecke unten wie so eine Unterschrift. Birthday oder Happy Birthday. Ja, aber dann will ich zum Geburtstag oder irgendwas. Dann nimm doch einen deutschen Stempel. Ja, mache ich auf Deutsch. Genau. Mit den modernen Stempeln nicht so gefällt. Alles Gute zum Geburtstag hier vorne. Genau. Und das unten in der Ecke und das reicht vollkommen aus. Und zur Not kannst du dir noch ein bisschen beglitzern. Wie würdest du das jetzt wieder beglitzern? Hast du da nicht so einen Puder? So einen Embossingpuder-Pulver. Jetzt haben wir das Problem, ich hätte das erst stempeln und dann aufkleben sollen. Durch die ganzen Lagen Papier, die wir jetzt da haben. Man hätte ja auch jetzt so was Dimensionale drauf machen können. Hätte man jetzt auch machen können. Man kann das auch ein bisschen mit Schwarz noch machen. Na sicher. Das ist jetzt immer so ein Versuch macht klug. Man sollte ja auch immer mal einen Probestempel zum Anfang machen und dann erst richtig loslegen. Ja. Ja. Manche Stempel müssen erst richtig benetzt sein, damit sie funktionieren. Jetzt Klugscheiß hast du aber wieder. Das hast du jetzt mal wieder irgendwo geschnappt bei mir. Aber das geht auch noch mal drauf zu stempeln. Wenn man ein bisschen aufpasst, geht nochmal. Bin ich wieder erwischt worden. Echt ey. Diese Nachplappernung. Weil mir die ganze Sache jetzt doch noch ein bisschen kahl war. Man könnte jetzt da vielleicht noch was anderes hin stimpeln oder so. Habe ich mir einfach noch ein paar von diesen Schmetterlingen gemacht. Und setze mir die jetzt hier noch mit hin. Das ist vielleicht ein bisschen viel. Aber so finde ich es schöner. Jetzt könnte man hier oben auch noch ein Schmetterling hinsetzen. So. Und dann reicht es aber. So. Und dann hat man die Karte. Fertig. Sieht doch cool aus. Ist mal wieder was anderes. Schöne Sache. Wenn man ein paar davon gemacht hat, kriegt man das doch alles besser verklebt, dass das wirklich alles ordentlich ist. Aber für die erste Karte gar nicht schlecht. Ich finde das mal eine coole Sache. Und wenn das nicht so ganz außen verklebt ist, dann bleibt das halt auch noch ein bisschen hier in der Mitte stehen. So hatte ich mir das gedacht. Zuzuklappen geht es auch. Also eine schöne Sache. Diese Box ist auch wieder was Schönes. Da sind immer schöne Sachen drin. Kann man nicht meckern. Also. In diesem Sinne. Bleibt weiterhin neugierig und schaut wieder bei uns rein. Denn wir zeigen euch, wie es gemacht wird. Und das wie immer ganz ganz einfach. Schöne Teile. Ja. Lass sich immer mal wieder was einfallen. Ja. Und man kann das auch als. Hier auf den Boxen ist ja auch drauf. Du kannst es einfach auch hier vorne ausstanzen. Und vorne drauf kleben. Und dann eben so eine Klappkarte machen. Das geht auch zu machen. Man muss das nicht so machen. Und würdest du dich nicht freuen, wenn dir die Leute zeigen würden? Ach eins wieder vergessen. Genau. Auf meiner Facebook Seite. Wenn ihr euch diese Box zulegen solltet, postet mir doch einfach mal, was ihr da für Karten draus gestaltet habt. Würde mich freuen. Immer mal zu sehen, was ihr da so macht. Ist immer mal interessant. Um Ideen zu klauen. Ja. Verratet doch nicht mehr. Verratet doch nicht mehr. Ja. 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 Ja.